Servus Leute. Willkommen zurück zu Resident Evil. Im letzten Part haben wir das schöne Teil hier bekommen und wir gehen jetzt weiter. Natürlich schon langsam damit wir von den Raben nicht attackiert werden. Wir gehen weiter den Weg entlang. Zum Glück habe ich das Wind Symbol mitgenommen. Hallo Jill. Die Kamerasicht ist kacke. Guckt es euch an, das Tor. Das sieht schon böse aus. Schmacki lacht bestimmt die ganze Zeit jetzt Fäustchen, wenn er den Part hier sieht. Weil dann klickt einfach nur zu... Nein, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das war... in einem der ersten Parts glaube ich, da habe ich schon mal so ein ähnliches Geräusch gehört. Und hat Barry im letzten Part nicht irgendwas gesagt von wegen Monster in Ketten? Schmacki wird am Ende des Parts vorklicken und wird dann sehen, aha, das und das ist passiert, dann wird er wieder zurückklicken und dann wird er sich den Part angucken und lachen. Soll ich rennen? Renn, chill! Scheiß auf alles! Wenn was kommt, ich blase es nieder! Obwohl... Barry hat gesagt, dass Waffen gegen das Teil nicht wirken. Fuck you! Monstre! Le Monstre! Ach Scheiß, was ist denn das für ein Weg? Wie soll ich den wieder zurückgeben? Hallo, Kamerasicht! Ach nee! Er hat gesagt, haltet euch vom Haus im Wald fern! Da steht ein grünes Kraut. Da steht noch ein grünes Kraut. Da steht noch ein grünes Kraut. Scheißdreck! Will ich da rein? Nein, will ich nicht! Muss ich da rein? Ich denke schon! Okay, ich habe drei Heilsachen. Ich kann das Fisch abfackeln mit einem Magnum in den Kopf knallen oder mit der Schrotflinte in meinen Haufen ballern. Ich kann es auch mit einem Elektroschocker rösten. Ich nehme mal an, dass das Fisch jetzt irgendwie kommen würde. Das Blöde ist, es ist die Moon. Ich will nicht rein. Muss ich wirklich? Ja, ich muss. Scheiß drauf. Okay, Schmacki. In diesem Part wirst du dich wahrscheinlich freuen. Ich bin still, ich habe Angst. Warum brennt das Feuer? Das Kaminholz sieht frisch aus. Wenn das Feuer brennt. Ne, das ist nicht der Digimon-Song. Jemand muss natürlich immer wieder neu Holz im Kamin reinschmeißen, damit es auch weiter brennt. Denn Holz brennt ja nur eine gewisse Zeit lang. Fuck, hier war's. Da habe ich nen Schiss. Was muss das sein, Leute? Wo ist das? Das ist noch hier. Das ist eine Karte vom Innenhof. Ja, gib her. Oh, da geht's noch ein bisschen weiter. Mit seltsame Formen auf der linken Seite. Okay. Sie haben die Karte hin. Ja, danke. Soll ich mich drüber freuen? Ich denke nicht. Speicherpunkt. Bitte. Irgendwann Farbband. Das wollte ich nicht, aber egal. Ein Familienfoto. Das ist... Moment, ich muss mir vorlehnen. Eine Frau mit schwarzem Rock. Ein Kind. Ein Mann im Arbeitsanzug. Sollte wohl ne Familie sein. Achso, da steht ja a family picture with some notes. Was? My dearest Lisa. Eine geliebte Lisa oder so. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi erst angegriffen. Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig. Weiß und hart. Nicht echt, Mami. Oh. Ich nehm mal an, dass das ein Kind geschrieben hat. Weil Papi, Mami. Hm. Und man sieht auch irgendwie... Seltsame Rechtschreibfehler. Weil rot, großes C und so weiter. Aber naja. Weiß nicht, Papi. Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen. Kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. 4. Mami. Wo? Geht so allein. Alter, hab ich Gänsehaut. Daniela strikes back. Was war das? Ich hab was gehört. Was ist das Chill? Scheiße, hab ich mich grad erschrocken. Das ist ne Schreibmaschine. Das weiß ich. Hier ist kein Farbband. Hier liegt ein Schuh. Gibt's irgendwo Farbband? Primitives Bett. Da hat wohl schon lange niemand mehr geschlafen. Ich hab so'n Schiss. Ich hab so'n Höllenschiss grad. Ja, ich hab kein Farbband. Ich kann nicht speichern. Verdammt. Geht's hier auch noch weiter. Tatsache. Was ist hier? Ich guck jetzt immer auf die Karte. Ich bin so scheißparanoid grad. Was ist das? Aha! Schön, sehr schön. Na ja. Erste Hilfesberry brauche ich nicht. Fahrband. Wie viel habe ich bitte? Sag ich hab zwei. Scheiße, ich hab nur eins. Scheiße, Mom. Ich nehm die Pistole mit. Man kann nie wissen. Ich hab so'n Schiss, Leute. Muss das sein? Da liegt was. Winde. Ich wette, ich hab jetzt irgendwas getriggert. Scheißdreck. Hätte ich das Teil bloß liegen lassen. Ich brauche es bestimmt für irgendwas. Das ist ja ein Haken an der ganzen Sache. Keine besonderen Merkmale. Warum? Das Ende ist quadratisch. Achso. Ich leg die Winde ab. Ich will mich hier nicht fortbewegen. Ich hab Angst. Weil ich nicht weiß, was noch auf mich wartet. Daniela um die Ecke. Nein. Ich stell mich grad an wie so ein Weichei. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch ein Weichei. Ähm. Soll ich speichern? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es doch nicht. Schnacki, hilf mir. Nein. Ich trau mich nicht. Fuck. 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 Was machst du? Verpiss dich. Oh. Scheißdreck. Renn mein Leben. Du, renn rein schnell. Scheiß. Schnell. Weg. 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 Ganz weit weg. Ganz weit weg. Renn verdammt. Nimm die Beine in die Hand. Renn. Beweg dich. Nein. Es ist hinter mir her. Ich hör's. Beweg dich doch. Oh. Ah. Ah. Das ist schlimm. Zombie. Fuck. Ich kann nicht mehr. Renn. 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 Ich hoffe, ich muss hier nie wieder hin. Nie wieder. Renn. Verdammt nochmal. Renn einfach. Einfach. Renn. 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 habe ich mich erschrocken auch vor dem zombie der da war habe ich ein schockgefühl grad einfach daran einfach ich hoffe ich bin jetzt irgendwie in sicherheit also das teil hat auch noch ordentlich schaden gemacht schmacki freu dich wenn ich dich heute in skype kontaktiere jetzt mal den weg entlang ich habe nicht mal gespeichert ich bin so eine arme sau ich würde das teil verfolgt mich jetzt bis was weiß ich wieder sollte ich nicht ok renn ich muss mir den weg angucken das ist links wirklich bitte what the fuck so ein hund wenn es nur ein hund ist ok ich habe schon wohin drehst du dich verdammt warum drehst du dich auf einmal da ist auch einer da sind noch viel mehr ich will dass ich mich noch mal sehen jetzt reizen ist mir egal ob ich die munition verbrauche leck mich hund ich hoffe bis tot vorsicht da kann ich mich aufpassen ey verpiss dich so und er kommt angeflogen ich habe keine heilung mehr ich bin so am arsch ich bin so terpst am arsch wie noch nie zuvor bitte lass das grünes kraut sein blaues kraut scheißdreck moment da ist auch ein grünes gib her grünes kraut danke heidewitzka welchen Weg muss ich hierzu entlang gehen in den linken ich bin so ein nervliches frackrad da kann ich gar nicht weiter ist da nicht noch irgendwo was nee das war's vorab fliege was kriege ich denn jetzt wieder diese verkackte fliege ok hau ab fliege jetzt ist sie immer noch da moment fliegenquatsche ja man hört den wolf für versucht fliegen zu töten ja und dabei fail jetzt ist das Mistviech das fliegt immer noch scheiß doch drauf ich habe schlimmere Sorgen gerade ok ich glaube ich muss hier durch oder muss eine Tür ok links ist was aber da ist kein item mehr das heißt durchrennen geradeaus und dann den Weg entlang ok einfach rennen einfach rennen nichts und niemand beachten alles stehen und liegen lassen einfach rennen oh da ist was sag nicht scheiße mann ich brauch die Winde was soll ich jetzt tun und dann bin ich wieder da oh mein gott bin ich am Arsch bin ich am Arsch gerade hätte ich die Winde bloß nicht weggepackt scheiße ich muss nicht das Haus zurück von diesem Mistviech nein das kann nicht wahr sein leck mich Mistviech ich will da nicht wieder zurück was soll ich tun ich muss durchs Haus gehen jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwas getriggert irgendwas sauböses was ich da quer durchs ganze Haus wieder ich habe kein verficktes Farbband mehr geht nicht an dass ich muss ich habe keine Wahl und jetzt sehe ich so was du kostest renne einfach renne einfach einfach da rein alles ignorieren ignorier einfach alles chillen einfach rennen rein da danke ich habe es geschafft ich habe es geschafft keine Störung ich habe nur mehr wenig Heilung das ist kacke ich bin so sauschlecht in dem Spiel ich bin wirklich sehr schlecht drin scheiße nehme ich das mit und mein Farbband ich brauche jetzt das letzte Farbband zum speichern ich hoffe ich finde noch irgendwas sonst habe ich so verkackt ich will einfach dieses Wesen nicht wiedersehen aber ich wette es kommt im Spiel nochmal vor boah ja gehe ich jeder Wetter ein ich habe 18 Farbänder verbraucht ich bin so sauschlecht in dem Spiel naja das hier ist jetzt die momentane Ausrüstung ich hoffe es klappt einfach denn nicht bin ich sowas von am Ende gut dann werde ich sagen das war Resident Evil ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns das nächste Mal wieder Pferde Hech